Bei den anderen heißt es, ja, ich bin Russin, okay, ich bin, keine Ahnung, Türken, okay, und bei uns, ich bin Uiguren, hey, was ist das? Also ein Land, das unterdrückt wird und dies, das, also, wirst du dann das alles erklärt, dass die Zeit auch schon dann vorbei ist, also, nach einer Zeit, das nervt dann wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Freieheit! 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 Wir sind einfach Menschen. Wir wollen nicht mehr. Wir wollen nur einfach. Gott hat uns gegeben das Menschenrecht. Wir sind Menschen und wir leben als Menschen. Und wir haben so einfach Gerechtigkeit nicht bekommen. Wir wollen nicht mehr. 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 Wir wollen nicht mehr.